Die Arbeit in der Baubranche ist ganz schön herausfordernd. Laufend gibt es neue Entwicklungen, die Sie beachten müssen. Wir haben uns darauf spezialisiert, mit unseren ABK Softwarebausteinen Ihre Arbeitsabläufe zu optimieren. Dabei sind wir immer an den Lösungen der Zukunft interessiert und entwickeln diese weiter, damit Sie sich auf Ihre Kernkompetenzen konzentrieren können. Beachtet man die neueste technologische Entwicklung, ist das Arbeiten mit BIM-Modellen die Arbeitsweise der Zukunft. Wir gehen noch einen Schritt weiter und verfolgen die OpenBIM-Methode, damit der Datenaustausch von allen CAD-Programmen möglich ist. Das Know-how rund um BIM haben wir in unserem ABK-Baustein Projektmanagement verankert. Darin sind die IFC-Dateien die Basis für die Kostenermittlung nach ÖNORM B1801 und für die Erstellung von Leistungsverzeichnissen. Mit einem Klick lesen Sie eine IFC-Datei ein, lassen sich das grafische Modell anzeigen und erkennen darin genau jene Bauelemente, die Sie benötigen, wie etwa Türen, Wände oder Fenster. Die Bauelemente mit ihren unterschiedlichen Merkmalen werden mit den entsprechenden ABK-Elementen verbunden und bleiben durchgehend mit dem IFC-Pfeil verknüpft. Fehlende, aber notwendige Merkmale können Sie schnell und einfach ergänzen. In wenigen Schritten erstellen Sie so einen Kostenplan und ein Leistungsverzeichnis. Da wir in Fachkreisen der ÖNORM und der standardisierten Leistungsbeschreibungen mitwirken und diesen Wissensvorsprung in unsere Software einbauen, sind Sie beim Arbeiten mit unseren ABK-Bausteinen immer auf dem neuesten Stand der Technik. Und sollten Sie eine individuelle Lösung benötigen, passen wir unsere Bausteine selbstverständlich an Ihre Bedürfnisse an. Wir beraten Sie gerne und stehen Ihnen bei sämtlichen Anliegen zur Seite, egal ob es um technischen Produktsupport, inhaltliche Fragen oder Schulungen geht. Aber all das besprechen wir am liebsten persönlich, ganz egal wo. Überzeugen Sie sich gleich bei Ihrem nächsten Projekt, was durch die Arbeit mit den optimalen Produkten in Ihnen steckt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017